Ruhe, hallo, 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 nichts für ungut, nichts für ungut, wie schön, nichts für ungut, nichts für ungut. Es ist nicht spielen, ja, Performancekunst ist nicht mit Spielen zu tun, es ist nicht mit Unterhaltung zu tun, auch. Ich bin nicht da, als Kunstler die Leute zu unterhalten zu bringen, ja. Ich habe eine Botschaft und wenn es für eine Person ist, dann ist es in Ordnung. Wenn ich das für niemanden mache und dokumentiere, dann kann ich die Botschaft überbringen. Ich kann in drei Wörter, Peace, Love and Happiness sagen, das ist meine Botschaft, ja. Optimistisch sein, die Welt ist nicht schlimm, ja. Wir leben alle zusammen und durch Liebe, Friede und Glück können wir alle ein glückliches, ein wunderbares Leben haben, spüren. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich ankomme, ja. Dass ich beim Publikum ankomme, ja. Also, dass ich das Publikum, dass etwas passiert zwischen mir und dem Publikum, ein Austausch, ja. Aber ich würde unterbrechen. Man braucht dieses Publikum nicht, ja. Also, es ist ein großer Unterschied zwischen euch, ja. Ich bin nicht da, Leute zu unterhalten. Überhaupt nicht, ja. Ich bin da, meine Botschaft zu überbringen. Und wenn es ein langsamer Prozess ist und das Bild ist, was sie zeigen, ja. Also, das Bild, das Image, was man da anschaut, ja. Das ist interessant, ja. Es ist eine gebaute Botschaft, ja. Und ob sie auf die Straße geht und auch das macht, ob sie in einem Raum das macht, ob sie in ihrem Alltag das macht, das ist eigentlich egal. Ich denke, das ist eigentlich das. Ich denke, hier sind sie ein paar 로därВыben und siebenern. Ein Nutzen? Vielen Dank.